Jo, 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 pfff, die sind super lustig. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kleinkinder-Let's Play, genauer gesagt zu Sargumini Boote. Wir werden mit dem Hund ein neues tolles Abenteuer erleben und werden uns erst einmal einen Bewohner raussuchen, den wir als nächstes besuchen werden. Wie wäre es mit der Katze? Ganz genau, die besuchen wir jetzt, dann mal los. Dazu müssen wir einige Gegenstände in unseren Koffer einpacken. Was wäre denn wichtig für eine Bootstour? Natürlich eine Sonnenbrille und eine Weste. Wie wäre es mit einem Teddy zum Kuscheln? Ein Knochen für den Hund. Hm, Socken vielleicht? Frische Socken sind immer gut. Und ein Mantel, ganz genau. Hm, eine Hose, eine kurze, ist auch immer ganz gut. Und Sonnencreme, sehr wichtig, dass wir uns auch vor der Sonne schützen können, wenn sie mal heiß und viel scheint. Und schaut mal, die Piratenmütze wäre super lustig, die nehmen wir auch mit. Eine Geburtstagstorte? Hm, warum eigentlich nicht? Ja, okay. Und das war's dann wohl. Wir können loslegen. Die Koffer sind gepackt und wir machen uns jetzt auf den Weg in das weite, blaue und wunderschöne Meer. Es kann losgehen. Dann mal los. Ui, 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 ui. Das wird eine schöne Bootsfahrt. Ui, ui, ui. Hoppala. Da ist der Hund doch glatt unter Wasser gelandet. Und die Ananas, schaut mal. Die nehmen wir gleich mal mit. Wer weiß, was damit noch alles anfangen werden. Und wieder Tauschstation. Hoppala. Schaut mal, hier unten gibt es noch einiges zu entdecken. Das wird eine lustige und sehr interessante Bootsfahrt. Das nehmen wir mit. Eine Kokosnuss. Super. Und hier kommt direkt mal der Hinweis. Falls euch das Video gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Und ihr dürft mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Let's Play toll findet und noch weitere Kleinkinder-Let's Play sehen möchtet. Dann werde ich gerne für euch einige neue vorbereiten. Oh weia, Vorsicht, hier ist ein Strudel. Wow. Direkt nach oben geschleudert. Oh weia. Achtung, Achtung, schnell weg. Uiuiui. Das ging gerade nochmal gut, mein lieber Hund. So, die neun haben wir gerade gesehen. Je kleiner die Zahl wird, desto eher sind wir am Ziel. Schaut mal. Krabben, die sind ja süß. Hey, da drüben auf der Insel, da ist ein Eisverkäufer. Sollen wir ihn kurz besuchen? Hallöchen. Hast du Eis für uns? Oh, so viele verschiedene Sorten. Hier, das Schokominze-Eis sieht lecker aus. Oder wie das mit diesem bunten Fruchteis. Oder das Vanille-Eis. Das sieht auch lecker aus. Das nehmen wir auf jeden Fall mit auf unser Boot. Schade, es ist leider ein Eis im Wasser gelandet. Tut mir leid. Aber kann mal passieren. Danke für das leckere Eis und bis zum nächsten Mal. Schaut mal, da ist ein Muffin. Den nehmen wir auch direkt mit. Und eine Kokosnuss, eine Ananas, Obst und Gemüse sind immer gut. Sollen wir mal sehen, ob wir unter Wasser noch irgendetwas finden? Man kann ja nie wissen. Lasst uns überraschen. Wir lassen uns überraschen. Huiuiui. Die Wellen sind manchmal ziemlich stark. Da hinten. Seht ihr im Hintergrund am Horizont? Da ist ein großes Schiff. Und schaut mal, ich glaube da oben sind Luftballons. Hui. Die werden wir gleich zerplatzen. Und weiter geht's. Sehen wir, was wir unter Wasser noch finden können. Huh, schaut mal. Seht ihr diese Statuen? Mit den Gesichtern? Die machen Musik. Hört mal. Jo, 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 jo. Pfff. Die sind super lustig. Dankeschön. Super lustig mit euch, Steinies. Schnell weiter. Der Hund sogar. Der freut sich auch. Ist natürlich klar. Und unter Wasser finden wir vielleicht noch mehr. Oh, hallo. Wer ist denn da drüben? Hallihallo. Sind Sie ein Eskimo? Sind Sie ein Yeti? Wer sind Sie? Hier. Haben Sie ein Geschenk. Oh, wow. Eine Sonnenbrille. Wow. Die steht Ihnen richtig gut. Bis zum nächsten Mal. Brumm, brumm. Weiter geht's mit dem Boot. So, ein Eis. Eis ist immer gut. Nehmen wir gerne mit. Wir schippern und schippern und schippern. Gleich gehen wir nochmal in Tauchstation. Oh, schaut mal. Das sieht aus wie ein Ufo. Und Ufo steht für unbekanntes Flugobjekt. Ich frage mich, wie das wohl unter Wasser gekommen ist. Na gut. Schnell weiter. Und da oben ist wieder ein Luftballon. Noch einer. Habt ihr den gesehen? Hallihallo. Und zerplatzt. Luftballons sind so lustig. Oh, schaut mal. Hier scheint eine große Quale zu sein. Hallo, Quali. Wir müssen weiter. Aber schön, dich gesehen zu haben. Das hat mich sehr gefreut. Und wir genießen wieder die Atmosphäre. Eine Kokosnuss. Auch das nehmen wir gerne mit. Wir sind jetzt auch gleich am Ziel. Schaut mal, ein Pirat. Hallihallo, Pirat. Was hast du denn da in deiner Schatztruhe? Ein Kristall. Du bist aber lustig. Und zwei Säbel. Und eine Krone. Wow. Schaut mal, die würde mir doch stehen, oder? Na gut. Wir wollen dir nicht alles wegnehmen. Ein paar Sachen gehören auch dir. Danke, dass du mit uns geteilt hast. Wir teilen gerne mit Freunden. Aber jetzt müssen wir weiter. Das ist ein schönes Andenken an den tollen Tag. Die Krone, die wir hier haben. Richtig toll. Vielleicht können wir sie unserer Freundin, der Katze, schenken. Die wird sich bestimmt freuen. Wuhi. Wow. Und jetzt sind wir hier am Ziel angekommen. Das sieht klasse aus. Da ist die Insel. Wir haben es geschafft. Schaut mal. Da ist die Katze. Sie wartet bereits auf uns. Hallihallo. Wir kommen dich besuchen. Oh weia. Das ist ein echt lustiges Foto. Das haben wir super gemacht. Toll bei dir gewesen zu sein. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zusehen. Rechts oben kommt ihr zur nächsten Folge von Sarguminis Bote. Und rechts oben gibt es einen Videovorschlag. Einfach draufklicken und ihr gelangt zu den Videos. Ansonsten nicht vergessen den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das macht ihr, indem ihr links auf das Katzen-Symbol klickt. Da wo der rote Pfeil zeigt. Also, bis dann. Miau. Miau.